So, da sind wir auch wieder zurück. Ich muss immer die scheiß Karte wieder zurückdrücken, weil die mit meiner Aufnahmetaste gleich ist und noch ein paar andere Tasten, aber das ist ja nicht so schlimm. So, wir haben jetzt das Ender-Base-Zeug jetzt vorgecraftet, beziehungsweise lasse ich gerade mal, jetzt brauche ich dieses komische Zeug hier, da habe ich, da können wir sogar ein Stank machen, da machen wir mal ein Stank von. Dann brauche ich das nochmal, Ender-Pearls, achso, weil er ja den Bucket nicht hat. Stimmt ja, Ender, warum haben wir so viel Dust? Kann ich damit irgendwas anfangen, hier Ender-Pearls machen, oder? Ach, wir können wieder Ender-Pearls mitmachen. Natürlich Ender-Pearls raus, was brauchen wir denn da? Äh, also ich brauche vier, das heißt wir brauchen dit, das heißt wir brauchen eins, okay, ich habe jetzt, äh, zehn, das heißt wir brauchen davon was, und dieses, äh, Ender. Mein Gott, das ist ein bisschen viel geworden, ne? Egal, mal schauen, wie viel wir da insgesamt rausbekommen noch. Ich halte jetzt vorgebraten haben, lasse, dass es schon mal alles durchgeht, dass wir hier direkt einmal dran können nochmal. Oh mein Gott, er hat wieder Pulver gemacht. Du kleine Mist-Sau, du kleine Mist-Sau. Weil ich wieder nicht auf, äh, Active gestellt habe. So, wieder. Aha, zack. So. Hier, gib mir mal ne Ender-Pearls noch. So. Muss ich mir die Endermann-Farbe machen, oder die Ender-Lilies automatisch hinkriegen, die auch noch vorne sind, die wachsen. Ah, da weiß ich noch nicht, äh, ob er das registriert, wenn da was gemacht werden muss. So. Jetzt könnte das die Brotin. Schauen wir, ob wir unsere Brötchen verdienen können, damit wir, schon. Die Leiter muss ich auch noch wegkriegen. Ich muss hier noch Elevators reinbauen, hier in der Ecke oder so. Oder diese Ender-Dinger. Ende Reden hier um vier Stück, alles klar. Ist doch jetzt, kaufe ich. Einmal. Können wir nicht schon mal, einmal, oder beziehungsweise vier, Deep Storage bauen. Wo wir mit jetzt hochgehen können und schon mal alles verbreiten können. Kraft haben wir mit, Strom haben wir mit. Wir haben fast alles eigentlich mit. Ja, 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 ja. Bräuchte vielleicht noch eine Chest. Ja, eine Chest wäre gut. Kleiner reicht. Ich glaube, das hier, ne? Ne, Eisen braucht, ne? So, einer reicht, dass er vielleicht mal irgendwo was dazwischen packen kann. Das heißt, alles, was unten ist, nach oben packen. Hey, ich weiß es nur nicht. Das sehen wir ja dann. So, Ender-Stowages sind hierfür gedacht. Die Frage, also, ich bräuchte Bambus und Kaktus und diese ollen Samen müsste ich nach unten inpacken. Ähm. Was ist uns gerade die Produktion mit diesem komischen Verteleiszeug jetzt nicht, äh, unbedingt einfach, was einfacht. Biomasse. Wir brauchen entweder dieses Verteleiser, Mulch, 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 Mulch. Bekommen wir. Bark. Okay. Können wir direkt herstellen. Ach so, kriegt man das auch. Okay. Salz, Samen reinpacken. Oder. Können wir das sonst? Hm. Das ist natürlich auch die Frage, wir können es hier oben auch entschließen, darf ich Weizen produzieren? Äh, wir bauen so ein Ding auch noch. Wir brauchen natürlich noch Wasser hier oben. Ah, so. Wir brauchen einen Aqueous Accumulator noch, dann brauchen wir einen Wassertank dazwischen. Nein, einen einfachen Wassertank. Ne, wir brauchen aber nur Wasser oben. Weil ich meistens immer, äh, kleine Tanks dazwischen schalte. Hi, Anderman. Wie das mit dem Crusade Oil. Und den Rest dann Löscher oder so. Quatsch, aber das brauche ich glaube ich nicht dafür. Äh. Oh, wir haben sogar alles. Und das andere hieß Accumulator. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall. Den haben wir, das reicht ein einfacher hier. Jetzt brauche ich noch einen, an dem Bucket habe ich glaube ich nur im Momentar, ne? Ja. Was für ein Bucket habe ich hier? Im Momentar. Nur Steine brauche ich. Nein, Anderman. Alles gut bei dir? Bei dir fresh in der House. Den, den, den. Sieht schon ganz gut aus mit den Tauern. Die laufen eigentlich ganz gut. Ich habe das, die schon länger laufen. Den linken auf jeden Fall. Der rechte läuft ja noch länger. Hier haben wir eine Aufnahme gemacht. Da könnte so, wie gesagt, das sieht man, als ob da eine neue Etage hin könnte. Aber das brauche ich nicht. Brauche ich nicht so viel. Ach so, hier sind wir gerade. Hier können wir Vorkonfigurierten reinpacken. Der Weizen kriegt. Weizen, Weizen. Und zwar only Weizen. Der braucht auch nicht. Äh. Dann haben wir Crafter. Wir haben die Deep Storage Units. Wir haben DIT. Ich bin dann überlegen. Dass ich nichts vergessen darf. Äh. So. Der kommt da hin. Das ist versichert. Ah, Solarpanel passt da noch genug drauf. Ja. Passt noch genug in der Kampagne, wenn wir die, die klein oder die jetzt da sind, einfach vergrößern. Okay. 16 FPS habe ich nur. 19. Ist ein bisschen komisch. So, nachher mal schauern. Was also die Sache ist, warum das so ein leichtes Problem macht. So, wir messen den. So, wir messen den. Ah, den schließe ich jetzt hier an. Der Herr bekommt von uns. Äh. Item Pipes. Zack, zack. So. Dann bekommt er noch Flüssigkeiten Pipes. Bam, 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 bam. Okay, er wird mit, mit Waza gefüllt. Das heißt, hier bekommt noch, äh, Insert und Insert. Und vielleicht noch Extract. Hm, hier würde ich zwei... ...Dinge reinpacken. Zack. Und zwar hier mit diesen, mit Samen einmal. Muss ich hier noch so, ne? Aber damit, aber damit. Äh. Muss, glaube ich, sogar Dunkels haben bei dem. Jetzt haben wir Weizen. Ich glaube, der muss, bei dem muss es Dunkels sein. Ich weiß es noch nicht. Ja. Äh. Reicht noch Cover? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr mit. Aha. Anscheinlich. Machen wir mal. Ich würde jetzt hoffen, dass er so funktioniert. Sonst muss ich hier den umstellen. Äh, Cover. Not in the dark knees. Not in the dark knees. Aber ich muss sogar noch eine Reihe draufziehen, damit das jetzt nicht so auffällig wirkt. Kann ich ja sogar machen, würde mich ja auch nicht stören. Ich hab ja, genau oben hin, hab ich ja immer Platz hin. Da eine Reihe jetzt mehr, doch. Mein Gott. Baumaterialien haben wir ja auch nichts mehr, guck ich mal in den Bienenbeutel hab ich meistens noch welche. Ah, von den anderen hab ich ja hier, die könnte ich ja schon mal die Händen ziehen. Das sind ja so Kleinigkeiten hier, so. Bei dem ist es auch gemacht, jetzt muss es ja schön aussehen, von außen. Ich hoffe nur, dass gleich der kleine Hamel da... Nein. Da läuft. Zack, zack. Und da noch. So. Leust jetzt hier oder nicht? Ja, er funktioniert. Er braucht keinen Strom. Empty, denkst du, ist wirklich... Ja, das kann ich halt leeren damit. Ich kriege genug Wasser. Es soll nicht rum, jetzt aufzuwackeln. Was macht er zum Kreis, bis er halt fertig ist? Äh, ist die Frage nur, wie komm ich da jetzt an die... Oh, Moment. Ich bin ein Idiot. Ich muss da irgendwie dran kommen, ne?